Sagen wir 20.000? Bedauere vielmals. Der Herr will hoch in der Hausnummer. Auch gut. Da halte ich mit. 50.000. 75.000. Tut mir leid. Bernhard, 75.000 Mark! Halt den Mund, Ingrid! Davon verstehst du nichts. Mein letztes Wort, Herr Brandenberg? Nein! Dass Sie sich nicht täuschen. Sie... Ich sage Ihnen, alle Menschen sind käuflich. Alle. Auch solche, die Ihnen das Leben sauer machen könnten. Verdammt sauer. Und glauben Sie nicht, dass ich da besonders zimperlich bin. Gehen Sie jetzt, bitte. Also gut. Ich will Sie nicht drängen. Hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an. Sie haben 24 Stunden Zeit. Und denken Sie daran, Sie machen entweder ein großes Geschäft mit mir oder... Oder? Gute Nacht einmal. Vielen Dank für den Wermut. Wie er gehorsten hat, kann ich Ihnen eine Vernetzung. Aber ganz ein Verrückter ist er schon gewinnt, der, der den Champagner gekauft hat. Ein Verrückter? Die sag ich Ihnen. Und Sie erinnern sich, Herr Steigelfinger, es war die Flasche mit der Abfüllnummer 11112? Nein. Entsgar.